Hallo, die Gabi, let's read. Heute habe ich ein paar Tipps von Feng Shui für ihr Zuhause. Also fangen wir an. Halogenlampen sind für Räume, in denen sie sich häufig aufhalten, ungeeignet, da die Trafos das Raumklima sehr negativ beeinflussen können. Besitzt Ihre Wohnung keine Fenster nach Westen, bricht die Dämmerung bei Ihnen schon früher herein und führt zu Energieverlust. Gleichen Sie diesen Mangel mit Metallgegenständen in Ihrer Wohnung aus. Elektromagnetische Felder entstehen nicht nur durch die Stand-by-Funktion, sondern auch schon, wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist. Ziehen Sie deshalb den Stecker wenig benutzter Geräte heraus. Die elektromagnetische Strahlung des Kühlschranks beeinflusst auch die Energie der Lebensmittel negativ. Lagern Sie vor allem Obst und Gemüse deshalb lieber in kühlen, trockenen Räumen. Das Feng Shui verwendet Totems. Für das Badezimmer bieten sich hier Figuren und Symbole aus dem Bereich Wasser und Strand an. Zum Beispiel Seesterne, Delfine, Schildkröten, aber auch Muscheln und Schneckenhäuser. Im Kinderzimmer sollten möglichst keine wuchtigen Möbel stehen. Wenn Sie das nicht vermeiden lässt, schieben Sie sie weit weg von den Kinderbetten. Achten Sie auch darauf, dass nicht zu viel herumliegt. Achten Sie darauf, in Ihrem Büro möglichst weit weg von elektromagnetischen Feldern zu arbeiten. Die Tastatur Ihres PCs strahlt übrigens kaum aus. Anders ist es beim Bildschirm oder Ihrem Computer selbst. Jede Veränderung in Ihrer Wohnung ist Feng Shui eine Veränderung des Fließens. Denken Sie daran, dass nicht jede Veränderung, die für Sie positiv ist, auch für Ihre Mitbewohner oder Ihre Familie gut ist. Hat ein Zimmer mehr als zwei Türen, halten Sie einige immer geschlossen, damit das G nicht zu planlos zirkulieren kann. Wenn das nicht möglich ist, schirmen Sie sie durch Pflanzen oder Raumteile ab. Bieten Sie alle Familienangehörigen zuverlässig den Toilettendeckel zu schließen, wenn Sie das nicht ohnehin tun. Auch Toiletten und Badezimmertüren müssen geschlossen bleiben, damit nicht zu viel G entweichen kann. Querstreifen oder waagrechte Linien auf Tapeten betonen die Erd-G-Energie und damit die Gemütlichkeit und Geborgenheit einer Wohnung. Nutzen Sie das aus, wenn Sie in hohen Räumen leben und seelisch frieren. So günstig Sie Pflanzen auch auf die Atmosphäre auswirken, vom Bonsai-Bäumchen ist abzuraten. Die Tatsache, dass sie in Ihrem Wachstum gehemmt werden, erzeugt keine gute Energie. Lassen Sie Ihre Reinigungsutensilien nicht herumstehen, sondern sperren Sie sie in eine Abstellkammer. Besonders im Esszimmer sind Besen und Staubsauger tabu. Sie stehen dafür, dass Geld aus dem Haus gefegt wird. Die Türen zu den Nassräumen können durch einen Spiegel außen oder innen verstärkt werden und so den störenden Einfluss des verschmutzten Wassers von Ihrem Wohnbereich fernhalten. Die Türen halten sich gerne auf besonders energetischen Stellen auf. Dabei sollten Menschen die Lieblingsplätze ihrer Katze meiden. Wo sich ihr Hund niederlässt, ist es auch für sie energetisch gut. Blühende Pflanzen erhöhen die Energie im Raum. Es ist kein Luxus, sich möglichst oft frische, blühende Blumen zu gönnen. Geben Sie ihnen oft frisches Wasser und entfernen Sie sie, sobald sie verblüht sind. Eine gute Relation zwischen Türen und Fenster in einer Wohnung oder einem Haus ist der Schlüssel 1 zu 3. Sie sollten dreimal so viele Fenster wie Türen in Ihrem Haus haben. Ovale Tische sind vor allem für Familien mit kleinen Kindern besonders geeignet. Die Streckung der Rundform verstärkt das Ding, beruhigt die Gemüter und verhilft so zu entspannten Mahlzeiten. Sitzen Sie am Esstisch eigentlich richtig? Der Hausvorstand, der immer das ist, sollte im Nordwesten sitzen und nach Südosten schauen. Der Partner im Südwesten mit Blick nach Nordosten. Lüften Sie nicht nur die Wohnräume, sondern lassen Sie auch so oft wie möglich Ihre Kissen und Vorhänge an die frische Luft. Machen Sie einen Plan, nachdem Sie sie waschen. Das vergisst man leicht. Im Kinderzimmer fördert ein Bodenbelag aus Holz jene Energie, die für Wachstum und Aufbruch steht. Auch sonst sollten Sie darauf achten, sich mit möglichst viel echtem Holz zu umgeben. Wenn Sie eine neue Wohnung beziehen, bringen Sie auf dem Herd einen großen Topf mit Wasser zum Kochen. Das bringt den Skifluss in Bewegung. Erstmal eine Tasse Tee. Hat auch im Feng Shui seinen Sinn. Fügen Sie dem Wasserbehälter Ihres Dampfbügeleisens ein paar Tropfen eines ätherischen Öles zu. Sie werden merken, wie wohl es tut, wenn die Wäsche nach Ihrem Lieblingsöl duftet. Nicht nur Ihre Pflanzen üben eine Wirkung auf das Qi aus, sondern natürlich auch die Vasen und Blumentöpfe. Achten Sie darauf, dass Töpfe und Pflanzen einander unterstützen und reinigen Sie über Töpfe regelmäßig. Breite, rechteckige Fenster repräsentieren die Erdenergie, die für Ruhe und Stabilität steht. Wenn Sie selbst das Gefühl brauchen, angekommen zu sein, wäre eine Wohnung mit solchen Fenstern für Sie ideal. Ganz schnell! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020